Hallo, ich hab keine Lust mehr auf Winter und dann hab ich gehört, die Schneeglöckchen läuten den Frühling ein. Dann bin ich in den Garten gegangen und hab mich ins Beet gelegt. Und dann... Keinen Mucks haben die gemacht. So kann das ja nichts werden mit dem Frühling. Wenn die Maiglöckchen auch noch versagen, dann mal gute Nacht. Dann müssen wir den Frühling herbeisingen. Frühling, es ist so kalt. Komm schnell vorbei und bring Kekse mit. Tschüss.